Rings. Darum geht es mich heute. Das war sehr schön. Da kommt der Kirchenchor. Die alte Kirchenchor-Nummer kommt hoch. Warst du im Kirchenchor? Nein. Du? Nee, auch nicht. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und bisher meinen lieben Stellvertreter stellvertretend vertreten darf, den lieben Moritz. Ja, mir gegenüber sitzt nämlich nicht der Moritz diesmal. Stell dich heute mal vor. Ja, mein Name ist Sebastian Allsleben. Ich habe ja schon mal bei euch im Podcast hier ein bisschen was gemacht, moderiere auch Fortbildung bei euch und mache ab und zu Videos für euch. Und heute habe ich die große Ehre, was zum wunderschönen Larynx zu sagen, zum wunderschönen Kehlkopf. Und ich meine, mit Frank the Flexicon an Werpes hier zu sitzen, ist mir eine sehr große Ehre. Zu viel der Ehre. Ich bin heute ein bisschen müde. Ich habe heute einen Kampf geführt. Kampf um die Anerkennung eines CMEs. Das hat mich ein bisschen gestresst. Wir machen es. Okay, gut. Also, Larynx, zu deutsch Kehlkopf, ist ein Organ, das relativ komplex aufgebaut ist, wie alles im menschlichen Körper. Wie sollte es anders sein? Bevor wir jetzt irgendwie in die Anatomie da eintauchen, sollten wir natürlich mal klären, was macht das Ding eigentlich? Also verdammt nochmal, wozu hat man Larynx? Das ist ja immer ganz nett, wenn man erst mal fragt, wozu der Kram, bevor man sich dann irgendwo damit widmet, wie es aufgebaut ist. Total. Also ich habe auch, als du mich angefragt hast für den Podcast, für den Larynx, habe ich erst gedacht, cool. Und dann habe ich gedacht, darf ich mal das hier sagen? Fuck. Klar. Weil ich gedacht habe, wirklich sehr klein, främlich, Organ mit super wichtiger Funktion. Also ich meine, ohne den Larynx könnten wir das hier nicht machen. Ich glaube, das ist der Gag in jedem Podcast, der über den Kehlkopf geht. Aber es ist so, also unsere Stimme wird dadurch beeinflusst, unsere Funktion unter anderem. Aber auch, dass natürlich, es ist quasi der obere Teil der Luftröhre und es ist quasi der Schutz unserer Luftröhre durch die Epiglottis, wenn wir schlucken im Prinzip, dass es einfach ins richtige Röhrchen geht, würde ich sagen. Genau, da hat nämlich die Natur so ein bisschen Scheiße gebaut, auf gut Deutsch. Da hätten mich dummerweise die Trachea und Dynosophagus gleich neck to neck im Hals angeordnet. Und wer weiß, wo Luft und Wasser und Speisebrei irgendwo oben in den Mund reingehen und dann irgendwo im Pharrings, also im Rachen landen. Und hat sich dann einfach mal überlegt, mach mal einen Deckel drauf. Genau, das darf nicht schief gehen, weil das nennt man Aspiration und das kann ganz üble Folgen haben, bei einer Lunge, Nahrungsmittel und Wasser nichts zu suchen haben. Ja, deswegen, also diese Schutzfunktion für die Atemwege, eigentlich so das Wichtige, weil ohne die könnten wir gar nicht leben. Quatschen, auch nicht unwichtig, aber nicht lebensnotwendig unbedingt. Ja, man kommt auch ohne Stimme klar. In der Kulturgesellschaft vielleicht nicht so, ja, aber... Vor allem, das eine bedingt ja auch das andere. Also quatschen, nicht unwichtig, aber ich meine gut, wenn wir später ein bisschen ins Detail gehen und wir reden irgendwie von Paresen und Durchtrennung von Nerven, dann ist es ja auch nicht ganz verkehrt, wenn dieses Organ zumindest noch halb funktioniert und wir nur heiser sind. Denn, sagen wir mal so, wenn es zu ist, ist es ein Problem. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch mal zu. Absolut, meine Äußerung hätte den Peer Review auch nicht überlebt. Das kannst du Gift drauf nehmen. Wir haben eine Sache noch vergessen, das ist die Bauchpresse. Ja, ist klar, das Problem ist, ich brauche manchmal, muss ich die Luft in den Lungen halten. Ja. Ja, zum Beispiel beim Kacken, ja, wo man die Bauchpresse braucht. Und da muss ich die Stimmritze zumachen. Also da muss der Kehlkopf verschließen, weil sonst würde ich quasi die Bauchpresse... Also nicht das Unnen, sondern einfach nur die Luft geht in den Lungen. Ja, würde die Luft rausgehen, ja. Und deswegen, also das sind so die drei wichtigsten Funktionen, ja. Also merkt euch das mal so. Und jetzt tauchen wir mal in die grausame Anatomie an. Und da hat der Sebastian tatsächlich auch schon ein Stichwort gegeben. Das ist klein, aber gemein. Ja, es sind echt viele verschiedene Elementchen, Knoppelchen, Muskelchen, Sehnchen, Bänderchen und so weiter und so fort drin. Die wollen wir jetzt auch nicht alle im Einzelnen durchgehen, weil da würden wir... Das dauert Stunden, wenn nicht Tage. Aber wir geben euch mal so einen kurzen Überblick. Also man spricht erst mal von Stockwerken im Larynx. Also wie so ein Aufzug. Da sind ja auch, zumindest wenn man steht, irgendwie senkrechter Körperstellung angeordnet. Und was sind die Stockwerke? Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir uns das angucken, dass wir uns, du hast schon gesagt, dass wir uns nicht alles angucken, dass wir einfach gucken, was ist das Wichtigste an der Funktion. Das haben wir ja gerade gesagt. Das ist die Stimmbildung. Das ist irgendwie der Verschluss der Atemwege beim Schluckprozess oder um uns vor Aspirationen zu schützen nochmal und eben die Bauchpresse. Und ich glaube, für diese Sachen ist es wichtig, dass wir da ein paar Strukturen verstehen und auch so ein bisschen später in die Stimmbildung mit reingehen. Und das machen wir jetzt, denke ich, einfach mal ganz einfach. Und wie du schon gesagt hast, so ein bisschen die Stockwerke. Wir teilen es ein quasi in drei Stockwerke. In einmal quasi die Supraglottis. Und das ist ein Bereich, der vom Kehlkopf oben angeht bis hin zu den Taschenfalten, also den Plicke Vestibulares. Und darunter kommen wir dann zur Glottis oder auch Cavitas Laryngis Intermedia genannt. So ein transglottischer Raum auch von einigen. Ja, schöner. Und das ist so das mittlere Stockwerk und reicht eben so von der Vorritze, der Rima Vestibuli bis hin zur eigentlichen Stimmritze, der Rima Glottitidis. Das ist der kleinste Abschnitt. Der ist also im Prinzip nur so wenige Millimeterchen hoch. Und was kommt unter der Glottis? Die Subglottis. Cavitas Infraglottica. Das untere Stockwerk und ist im Prinzip Kauderl der Stimmritze. Und geht dann im Prinzip bis zum inferioren Rand des Ringknorpels, da wo dann die Trachea beginnt. Die Luftröhre. Okay, also lässt sich einfach merken, also gerade für die Leute, die vielleicht so ein bisschen im Lateinischen aufgepasst haben, also Supraglottis, Oberhalb der Glottis, die Glottis selbst und Subglottis. Also relativ easy. Und wenn man schon mal diese drei Stockwerke hat, dann hat man schon mal so eine grobe Orientierung. Dann wird es nicht mehr ganz so schwer. Müssen wir uns mal darüber unterhalten, woraus ist das Zeug eigentlich gemacht? Also das ist ganz interessant. Also wir haben hier keine Knochen im Bereich des Larynx, sondern wir haben Knorpelgerüst. Das muss halt auch so ein bisschen elastisch sein. Klar, es geht ja um Stimmbildung. Das kann jetzt nicht so irgendwie wie aus Metall sein, das Zeug, also unbeweglich, sondern da muss schon eine gewisse Flexibilität drin sein. Und gleichzeitig aber auch Festigkeit. Also wenn es nicht fest genug ist, wir brauchen ja quasi auch ein Widerlager für die Stimmbildung. Also durch die Veränderung der Bandstrukturen, um eben dazu eine Spannung drauf zu bekommen, um verschiedene Töne zum Beispiel, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Also auch nochmal ganz wichtig. Wenn man es jetzt mal ganz blöd runterbrechen würde, ist der Larynx eigentlich so ein Knorpelgerüst, das mit Schleimhaut überzogen ist. Ja. Ja, noch ein paar Fasern dazwischen. Okay, die habe ich jetzt unterschlagen. Also schön Kollagenfasern dazwischen, um diese Knorpel aufeinander zu bilden. Ein paar Muskelchen, die ja noch. Aber das Ganze halt relativer Schwabbel durch den Knorpel. Also das kann schon so ein bisschen elastisch deformiert werden und das ist auch ganz gut so. Das ist halt für die Funktion wichtig, weil das Ding halt auch ständig verlagert wird. So, wenn wir jetzt aber von einer Larynx reden, dann steht das Ding ja nicht so einfach solo im Hals, so irgendwie Hallo, hier bin ich, sondern dann wird es ja auch runterfallen. Also irgendwo muss das aufgehängt sein. Und das sollten wir noch erwähnen, bevor wir in die Larynx selbst eintauchen, das ist das Zungenbein. Ja. Ja, das gute alte Zungenbein. Oshoideum. Genau, Oshoideum. Und daran ist dieser Kehlkopf aufgehängt, wie so eine alte Marionette, quasi über einen relativ straffen Bandapparat. Und der sorgt halt auch dafür, dass beim Schlucken beispielsweise alles, also Zunge, Zungenbein, Larynx, irgendwie so alles miteinander arbeiten und nicht irgendwie aneinander vorbei arbeiten. Also sie sind miteinander koordiniert und also auch über Bandstrukturen und auch Muskeln, die von einem Ort zum anderen ziehen, miteinander in Interaktion. Ja. Und mir hat es jetzt geholfen, wenn wir uns... Das wäre das Penthouse sozusagen. Genau, genau. Oben ist das Penthouse, ist der Oshoideum. On top und dann geht es los. Weil streng genommen gehört es, glaube ich, gar nicht mehr mit zum Kehlkopf, ne, das Oshoideum. Nein, nein, nein. Deswegen haben wir... Ist nicht, aber wenn du es dir ansiehst, auch mit den Bannzügen, also... Es passt halt dazu, weil es on top ist, quasi wie das Dach. Wenn Anatomo anders drauf geguckt hätte, hätte man es dem auch zuschlagen können, ja. Hat man halt nicht getan. Ja. Okay, ja. Pech gehabt. Ja, Oshoideum ist draußen. Aber... Dafür einen schönen Ausblick. Es ist auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Steht am weitesten, ist also oben und ist dadurch natürlich auch der King. Ja. Wir... Ist aber halt wichtig, dass der Liter der Kehlkopf nicht irgendwie nach unten wegschwabbelt. Ich finde, wenn wir uns jetzt die Knorpel anschauen, was mir unglaublich geholfen hat, ich meine, ich als alter Kliniker und, sagen wir mal, ich habe an der Charité studiert, da war das... Oder die Anatomie. Nee, im Gegenteil. Ich habe in Köln studiert. Ich wollte, genau, und jetzt kommt es wahrscheinlich, weil unser Anatomie-Pensum war, glaube ich, die Hälfte von dem, von anderen Universitäten, weil wir sehr viel auf so Soft-Skills gelegt haben. Das kommt mir jetzt natürlich nicht so gut da. Aber ich als alter Kliniker jetzt und, ja, nah am Menschen, habe mir das ganz gut gemerkt und ich finde, das ist für jeden, der jetzt auch diesen Podcast hier hört, super gut, dass wenn wir jetzt aufpassen beim Knorpel, dann ist alles andere danach super einfach. Weil wenn wir die Namen der Knorpel verstehen, dann kriegen wir alles andere auch easy hin. Die Muskeln heißen so, die Bandstrukturen heißen so und es ist relativ easy, wenn man das einmal drauf hat, was macht denn auch die Stimmritze, was passiert da? Gott sei Dank ist die Anatomie ja relativ stringent in ihrer Nomenklatur, ja, also ein Muskel wird immer von bis genannt und das sind die Ligamente auch, dass du durchaus recht, wenn wir diese Fixpunkte uns merken, dann haben wir schon eine ganz gute Orientierung. Wir haben vier Hauptknorpel, ja, es sind auch ein paar kleinere Knorpelchen, die gibt es auch, die wir jetzt hier einfach mal schlabbern. Ja, dann sind wir eine Stunde dran. Genau, aber die vier Hauptknorpel, die wollen wir uns jetzt natürlich angucken und da haben wir den größten erst mal und den sehe ich ja auch von vorne, wenn ich so auf den Hals gucke, wenn beim Mantar es auch als Adamsapfel hervorspringt. Was ist das für ein Knorpel? Unser Adamsapfel, der wunderschöne Schildknorpel ist Cartilago thyroidea und der sieht ist relativ zentral quasi, wenn man sich die Strukturen anschaut, wir haben ja schon über das Oshyroideum gesprochen, quasi einfach Kaudal darunter und bildet quasi so, wie der Name schon sagt, Schildknorpel, quasi so das Schild des Larynx quasi. Nach vorne. Genau, nach vorne, ganz wichtig. Ist so quasi so halb geöffnet und so ein nach vorne gerichtetes Schild. Und das, was wir eben erkennen als Struktur, ist die, korrigieren mich, ist glaube ich die Prominenzia thyroidea. Genau, die da vorne rauskommen. Das ist unser wunderschöner Adamsapfel, der übrigens bis zum 40. Lebensjahr beim Mann weiter wächst, bei Frauen und Kindern nicht ganz so ausgeprägt ist. Es ist eine Sache wohl mit Testosteron und männlichen Geschlechtshormonen, das hat ein bisschen anderes Knorpelwachstum da vorne. Frauen haben in der Regel keinen Adamsapfel. Aber ist ja auch nicht schädlich, brauchen wir nicht. Übrigens muss es kein peinlich sein, wenn er nicht so ausgeprägt ist. Gut, ich habe fast keinen. Ja, ich höre nicht deswegen. Das war beim Rasieren ganz gut und dann bleibt man daran nicht hängen. Ja, also das ist der Schildknorpel und dann der nächstgrößere, das ist der Ringknorpel. Genau, der Ringknorpel oder auch Cricoidea genannt, also Cartilago Cricoidea, ist quasi, kann man sich auch vorstellen wie so ein, wie so ein Ring quasi, wie so ein Siegelring. Siegelring, also Welcome to the Club Ring. Genau, Siegelring, das war das Wort, was ich gesucht habe und bildet quasi auch sowas wie eine Schutzfunktion und ist quasi, wenn man sich das vorstellt, quasi der Ring quasi nach vorne geöffnet, wenn man sich so vorne diesen Siegelring vorstellt. Genau. Der sitzt unterhalb des Schildknorpels. Ja. Also ist dann auch durch Ligamente mit dem Schildknorpel verbunden. Und dann haben wir jetzt noch etwas, das hat einen Namen, du, da kriegt man jedes Mal so eine leichte Zungenverschränkung. Ja, Cartilagines, weil es eben zwei sind. Also sagen wir mal erst mal Stellknorpel oder Ariknorpel, das hört sich immer schöner an. Das klingt sympathischer. Ja, das klingt sympathischer. Bei der lateinischen Namen, das ist ein echter Schildsprecher. Aber wir versuchen es, Cartilagines und es ist Aritenuidea. Nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Weil Cartilago ist, glaube ich, Femininum, natürliches Geschlecht. Im Tydea. Tydea. Was habe ich gesagt? Tydea. Ja, aber es ist jetzt wurscht. So weit gehen wir jetzt nicht. Also Cartilagines, Aritenuidea. Wichtig ist, dass es eben zwei sind. Aber am Ende ist es eine leichte Gesichtszuckung mit dem Aritenuidea. Das Problem ist, dass da natürlich viele wichtige Bandstrukturen und Muskelstrukturen ansetzen. Das heißt, eigentlich sollten wir es schon ein paar Mal üben, damit es gleich flüssiger wird. Deswegen müssen wir euch auch mit diesem Bezeichnung quälen, weil dieses Bezeichnung taucht in vielen Ligamenten und Muskeln auf, weil die da hinziehen oder ihren Ursprung haben. So, drei haben wir jetzt. Einer bleibt übel. Das ist ein Knorpel, der sieht aus wie so ein kleines Blättchen. Unsere kleine, warte mal, wir haben aber den Kehldeckelknorpel noch nicht. Unsere wunderschöne Epiglottika. Ja, genau, Cartilago Epiglottika, das ist wie so ein Blättchen, die ragt nach oben raus. Das ist auch der höchstgelegenste Knorpel. Unser Deckel quasi, wenn wir da mal zumachen. Der verschließt dann halt auch noch und ragt auch wie so eine Eier, wie so ein Tulpenblatt, wie so ein kleines Blättchen halt oben quasi aus dem Larynx hervor. Ja. Dann gibt es noch kleinere Knorpel, ich werde die mal ganz kurz erwähnen. Das sind die Keilknorpel, Hörnchenknorpel, Weizenknorpel. Da hört ihr schon irgendwie den Namen Hörnchen, Weizen, dass das nicht so wahnsinnig groß ist. Die haben auch alle eine Funktion, klar, die Natur ist in der Regel, macht die keinen Luxus, aber das schlabbern wir. Jetzt lest du im Flexikon nach, da stehen die alle. Wir verschonen ja niemanden mit Detailwissen, dass man bei irgendeiner Medizinerparty dann irgendwie auch ins mehr oder minder geneigte Publikum streuen kann. Was hältst du davon, wenn wir uns die Muskeln anschauen? Oder willst du dir erst die Gelenke anschauen? Nicht wenig, aber ich würde sagen, lass uns mal mit den Gelenken anfangen, denn Muskeln ohne Gelenke machen in der Regel wenig Sinn. Gibt es auch, wollen wir jetzt nicht. Also es gibt auch Muskeln ohne Gelenke, denk an die mimische Muskulatur. Aber du hast natürlich recht, irgendwie Gelenke sollten wir vielleicht mal ein bisschen vorstellen. Da sind auch zwei, die man sich im Prinzip noch merken muss. Das ist ja mal wieder schön, zwei Gelenke, wunderbar. Und ich meine, letztendlich können wir uns da auch wieder das ganz gut erklären anhand der Strukturen. Also das Artikel, ah, guck mal, jetzt komme ich hier, erster Podcast. Artikel, Artikel. Artikelatio, Kriko, Tyriodea. Nee, das ist jetzt wieder eine E zu viel. Ja, Tyriodea. Ja, das hat nicht geklappt. Also Artikelatio, das können wir das bitte rauscutten hier. Also das Artikelatio, Kriko, Tyriodea. Tyriodea. Machen wir mal Tyriodea, das lässt sich halt aussprechen. Tyriodea, also ich weiß auch nicht, wie es richtig ausgesprochen hat, aber ich sage immer Tyriodea. Dabei saß es ein bisschen, ein bisschen... Du sagst es schön, wir nehmen deins. Also Artikelatio, Kriko, Tyriodea. Ja, das war schön. Das ist aber auch wieder Schwierigkeiten, ne? Also das ist ein Scharniergelenk und das ist wo, ja gut, das kann man sich schon herleiten, ne? Kriko, 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 was steckt da drin? Meinst du wie ein Kriko, weil es vom Ringknorpel abgeht? Genau, vom Ringknorpel, ja. Und zieht zum Tyriode, zum Schildknorpel, ja. Also ein Scharniergelenk zwischen Schildknorpel und Ringknorpel, ja, und, ja, Funktionen können wir vielleicht auch jetzt schon mal vorziehen, kommen eher über die Muskeln, ja, also das ist eigentlich dazu da, quasi den Abstand zwischen Schildknorpel und Ringknorpel müssen wir vergrößern und da am Ringknorpel halt auch die Stellknorpel angebracht sind, kannst du dadurch die Stimmbandlänge so ein bisschen, ne? Genau, das ist ja das, was wir gerade eben schon gesagt haben. Im Prinzip ziehen wir damit quasi die Stimmbänder in die Länge, beziehungsweise spannen sie. Genau, das ist ja so ein bisschen Gelenk zum Stimmbandspannen. So, dann haben wir auch nochmal zwei Gelenkchen, ja, also die sind immer links und rechts, ne, aber wir haben sie jetzt hier im Singular, tragen wir sie euch vor, damit es einfaches zu sprechen ist, ja, da sparen wir eine Silbe, das ist die Articulatio Crico Aritenuidea. Wow. Ja, nicht schlecht, ne? Also die Articulatio Crico Aritenuidea zieht dann vom Ringknorpel zum Stellknorpel oder zum Ariknorpel, ganz einfach und das ist ein, jetzt haltet euch fest, das ist ein Gleit-Scharniergelenk. Ja, also ein Gelenk, das drei Sachen kann, hat man nicht so häufig im Körper, ja. Dreh-Gleit-Scharniergelenk, das kann drehen, gleiten und ist auch noch ein Scharnier und das ist jetzt eigentlich so das Gelenk, was die Stimmritze, also das Hauptorgan der Stimmbildung unglaublich beeinflussen kann. Und, ja, genau, und auch beansprucht wird bei der Fondation, ne, das ist ja auch wichtig. Und wir haben euch jetzt ja bei den Stellknorpeln, haben wir euch jetzt noch gar nicht verraten, wie sehen die Dinger aus, ne, also bei diesen Cartilagines Aritenuidea, das sind, wenn man von oben sieht, so ein bisschen sehen aus wie Dreiecke, ne, weil man sie stark vereinfacht sieht, ne. Jetzt könnte man fragen, wozu habe ich die denn eigentlich, reicht es nicht, wenn ich jetzt eigentlich irgendwie das Stimmband einfach nur mal so ein bisschen spanne oder entspanne, wäre das nicht genug, ne, für die Fondation nicht, da brauchen wir ein bisschen mehr PS und deswegen sind diese Stellknorpel quasi da, um die Stimm, ja, die Stimmritzenöffnung eigentlich sehr, sehr fein regulieren zu können. Genau, man kann sich das ja so vorstellen, es ist ja nicht nur die Spannung, die dafür von relevant ist, sondern auch einfach die Fläche, die wir damit öffnen. Also es ist quasi ja nicht nur die Spannung der Stimmbänder, sondern auch einfach quasi die Luftöffnungsfläche, die wir rauslassen, die dann den Ton formt. Genau, da kommen wir gleich, wenn wir die Stimmritze besprechen, noch mal so ein bisschen zu, was, was daran so genial ist, ne, weil ich habe dadurch halt auch sehr viel mehr Öffnungsmöglichkeiten an der Stimmritze und dadurch natürlich auch mehr Modulationen. Das wäre unser Sprachumfang, also sowohl was die Sprachintensität jetzt, also auch als den Lautumfang, haben wir dann ein bisschen eingeschränkt. Können wir nur höh, höh, höh machen, was irgendwie natürlich diesem Podcast gut täte, weil er ein verständlicher wäre, aber sicher nach einigen Minuten noch nicht mehr so spannend. Ja, ich finde vor allen Dingen, dass wir auch nochmal differenzieren müssen zwischen Fonation und Artikulation, ne, dass wir einfach, dass das vielleicht auch nochmal so eine Sache ist, dass wir einfach die Fonation, quasi dafür ist der Kehlkopf dann primär zuständig, primär auch die Stimmbänder. Darüber hinaus ist aber natürlich unser Mund-Nasen-Rachen-Raum dafür zuständig, dass wir daraus auch sinnvolle Wörter formen. Du hast natürlich völlig recht, die Stimmritze übernimmt ja nicht den ganzen Job, ne, aber die ist natürlich für den Luftstrom, also für Luftsäule entsprechend wichtig, ne, und das ist halt, wenn man sich das vorstellt, es wundert mich überhaupt, dass es klappt. Ja, also Wahnsinn. Und ihr seht ja auch an kleinen Kindern irgendwie, es dauert eine Zeit lang, bis die das drauf haben, ja, also sie kommen nicht zur Welt und fangen gleich an zu sabbeln, sondern in der Regel, das ist mit ma, 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 ma und pa, 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 und dann arbeitet man sich stückweise vor. Und ich finde auch, dass es automatisch läuft, das musst du dir ja auch mal vorstellen. Vor allem, also wir sind ja nicht nur von quasi Stimmhöhe Tiefe, also von der quasi wie wir sprechen, wie unsere Stimmhöhe ist, sondern darüber hinaus auch, wie schnell es geht, wie schnell wir reden, das alles miteinander kombinieren, das ist Wahnsinn. Ihr müsstet jetzt das Gesicht von Sebastian sehen, hätte gerade so einen Jesusartigen Glow in den Augen, als er jetzt davon sprach, ja, also das ist sein Thema, ich sehe das. Okay, jetzt haben wir die Gelenke abgearbeitet, du hast ja schon angemahnt, Muskulatur, 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 das hat jetzt alles unaussprechliche Namen. Ja, aber gut, ich finde dadurch, dass wir auch immer irgendwie so, sagen wir, bei den so drei wichtigsten irgendwie auch immer noch einen klinischen Namen haben, sowas wie Antikus, Postikus und Lateralis, daran kann man sich dann auch immer langhangeln. Also es ist wieder Krico Tyreoideus oder wie du es... Tyreoideus, ja, ich nage mich nicht fest. Genau, spannend eben ist dazu da, dass die Stimmbinder gespannt werden und genau, das ist eigentlich das Wichtigste und das ist das, was es schon wieder erklärt, also Krico vom Ringknorpel ziehen zum Schildknorpel und das ist so, glaube ich, das, was das Wichtigste ist dazu zu sagen. Oder hast du noch was zu? Das ist eigentlich so, da kann man sich gar nicht ganz gut merken, alle, die an den Ariknorpel ziehen, also alle Muskeln, die irgendwie Ari drin haben, sind dann halt so für die, ja, letztendlich Feinmulation der Stimmbänder irgendwo verantwortlich. Und der Krico Tyreoideus ist im Prinzip derjenige, der das ganze Ding irgendwie spannt. Das grobe Geschäft macht. Das grobe Geschäft macht. Also Ari sind die Feingeister, Ari sind die Feingeister und Krico Tyreo, also der Antikus ist dann der für, der Mann fürs grobe, ja, der Wrestler, ja, der da, der da oben sitzt. Das ist natürlich stark vereinfacht, also bitte merkt euch das Bild nicht, vielleicht ist es auch Quatsch. Ja, aber grundsätzlich Quatsch ist es nicht. Nö, ich finde schon, nur halb Quatsch. Genau, halb Quatsch und so, dass man es sich gut merken kann. Genau, also wir wollen euch jetzt diese ganzen Namen auch nicht vorbeten, ja, also Krico Aritenoidus Lateralis, Musculus Aritenoidus Transversus, also das ist was für Schnellsprechwettbewerbe. Ich finde halt den Posterior wäre noch wichtig, dass wir da noch ein bisschen drauf eingehen, allein von der Klinik, also der Postikus klinisch auch, ist super wichtig, wird vom Nervus Laryngeus Recurrens auch innerviert und da ist eben das Wichtige, dass wenn wir den killen bei OPs, wie zum Beispiel bei der Schilddrüsen-OP, dann haben wir ein Riesenproblem. Je nachdem, wie wir ihn killen, dann haben wir halt nur ein Problem, aber wenn er beidseits jetzt zum Beispiel im Rahmen von Paresen oder so Probleme macht, dann haben wir eben nicht nur die Heiserkeit, eine Seite weg hast du die Heiserkeit und du kannst aber trotzdem noch atmen, aber wenn beide weg sind durch Paresen, dann haben wir ein riesengroßes Problem, weil dann wird es mit dem Atmen schwierig, weil dann ist Ende im Gelände und das Ding ist dicht. Genau, das ist nämlich der einzige Öffner der Stimmgritze der Postikus. Also alle anderen sozusagen verschließen, spannen oder sonst was aböffnen, macht halt dieser Musculus Cricoarytenoidus Posterior, a.k.a. Postikus. Man merkt, du machst das nicht zum ersten Mal. Wow, ey, ich habe es mal geschafft, alle sechs Kehlkopfmuskeln in unter drei Sekunden vorzulesen. Ich will mich jetzt hier nicht challengen lassen, weil das wird schwierig. Okay, also lest das bitte im Flexikon nach, sechs Stück gibt es davon und dann unterscheidet noch, das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten, auch zwischen innerer und äußerer Kehlkopfmuskulatur. Und, oder erzähle ich jetzt Müll, oder sind das die Bänder? Die Bänder sind das. Oh, vergess das schnell, ich bin wieder im falschen Film. So, also, Kehlkopfmuskeln, Haken hinter. Wir sagen noch was zur Innovation. Das hast du schon verraten. Ist, was für ein Nerv? Also wir haben ja, man muss so ein bisschen... Nee, nee, stopp, stopp, ich sehe gerade, tatsächlich, ich habe doch keinen Scheiß erzählt. Musculus Cricoarytus ist nämlich äußere Kehlkopfmuskulatur. Ja, das ist auch der einzige Wichtige, der da außen für die Stimmen, also für die Fundation eine Rolle spielt. Also, merkt euch Antikus außen, Antikus außen, lässt sich gut merken, Postikus... Und Laterale ist vielleicht noch wichtig. Ja, Postikus pöffnen. Okay, also... Das ist aber wieder so weit hergeholt, dass man sich wieder merkt. So dumt, dass man sich wieder merken kann. Sehr gut, sehr gut. Antikus außen, Postikus pöffnen. Und Laterales erzieht halt irgendwie von, weiß ich nicht, irgendwie ist an den Rändern der inneren Struktur. Genau, also Innovation von diesen ganzen Dingern, ja, alles Nervus Vargus. Ja, alles der zehnte Hörner. Schon mal super einfach, ja, und zwar über zwei seiner Äste, nämlich einmal den Laryngius Superior, ja, der von oben kommt, also der Junge, der straight ist. Und dann diesen komischen, aberrierenden, irgendwie, was weiß ich, sich einmal um die Aorta hin und zurück schlingenden Nervus Laryngius Recurrenz. Ja. Ja, zumindest einseitig. Ja. Um die Aorta, muss man auch dazu sagen. Das ist den, den man dann auch killt bei der Schilddrüsenordnung. Genau. Das ist dann das Problem der Recurrenz. Und dann wird es eben schwierig, beziehungsweise Heiserkeit, weil der eben das innerviert. Die aus irgendwelchen embryologischen Gründen, ja, einmal irgendwie halb durch den Körper sich bewegt, um dann wieder oben im Hals zu landen. Manchmal geht die Natur natürlich auch um Wege. Wichtig ist noch dazu sagen, glaube ich, ist, dass wir den, dass der, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, dass der Antikus eben der einzige ist, der noch vom Nervus Laryngius Superior innerviert wird. Ist das so? Mhm. Ja. Ich dachte, das sei der Cricko-Tyriolius. Ja, was habe ich gesagt? Der Äußere. Die Äußere, nee, das ist ganz einfach die Äußere. Genau, also der Antikus, also der Cricko-Tyriolius, das ist der, der vom Nervus Laryngius Superior. Ja, du hast recht, du hast recht. Scheiße, ich habe es verwechselt. Genau, ja, klar. Cricko-Tyriolius ist der Antikus. Das ist auch mal eine gerne geprüfte Frage in den Anatomie-Klausuren. Antikus außen, siehst du, meine eigene Eselsbrücke habe ich kapiert hier, ja? Da hast du es gerade eben so schön gemacht. Ja, genau. Erstmal vorgelegt und dann wieder, baing, ne? Ja, genau. Das ist nämlich der Einzige, der wird den Superior, solange ich es super, in der Welt führt, und alle inneren Kehlkopfmuskeln, alle vom Rekorenz. Also eigentlich ganz gut zu merken. Total. Innere, Rekorenz, äußere, Superior. Ja. Gut. Das hätten wir geklärt. Ja. Gefäßversorgung vielleicht noch so ein paar Wörtchen dazu zu sagen? Ja. Ist eigentlich ja auch von den Gefäßstrukturen relativ übersichtlich, oder? Langweilig, könnte man auch sagen. Also, wollen wir darauf eingehen? Ja, komm, also zwei hauen wir noch raus hier. Die Arteria Laryngia Superior, die obere Kehlkopfarterie, kommt aus der Theriodia Superior, also aus der Schilddrüsenarterie, ja? Und dann eine Laryngia Inferior. Kannst du ja auch gut merken. Ja, also kommt auch wieder Arteria Theriodia Inferior, kommt da raus. Ja, eigentlich relativ easy, ne? Deswegen vielleicht jetzt, wo wir bei der Schilddrüse sind, vielleicht noch ein kleiner topografischer Hinweis, zu beiden Seiten des Schildknorpels liegt nämlich diese wunderbare Organ, die Schilddrüse, ja? Und deswegen ist es auch irgendwie bei Schilddrüsen, oder Schild, ja, bei Lachingsoperationen irgendwie so ein kleines Problemchen, weil man dieses stark durchblutete Organ, zumindest wenn man von außen da ran will, ja, da vor sich hat. Heute findet ja viel endoskopisch statt, also deswegen vielleicht nicht mehr ganz so ein großes Problem. Total. Wobei natürlich auch die, wenn wir uns den Ismus anschauen, ich finde das ganz toll, wenn wir uns das, schade, dass wir es jetzt nicht auf Video haben, denn ich würde dem Frank dieses wunderschöne Bild zeigen aus dem Flexikon, wo man dann sieht, dass es doch auch noch ein Stückchen weiter Kauderl ist, ne? Wenn dir der so anguckt. Ja, aber die beiden Läppchen, die sich hochziehen, landen dann halt an der Seite. Also auf jeden Fall ist es eng daneben, ja? Total. Also du hast vollkommen recht. Aufpassen. Ich finde nur, dass ich gerne da nochmal reinschauen, weil das habe ich nämlich auch unterschätzt. Für mich war es ganz klar vom Namen her, okay, Schilddrüse sitzt da, aber das sind wirklich nur die beiden Läppchen, die da oben ranragen. Natürlich trotzdem total wichtig, auch für die OPs und deswegen auch für die Nervale-Geschichte so eine Rolle spielend. Der Istmus, der Schilddrüse sitzt aber weiter Kauderl. Das ist ja weiter unten, genau, ne? Der sitzt da so unterhalb des Ringknorpels. Genau. Gut. Bandstrukturen? Wollen wir da ein bisschen drauf eingehen? Ja, komm, die dürfen wir nicht schlabbern. Die sind zwar fies und lassen sich auch schlecht lesen, ja? Aber auch da haben wir jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, quasi diese ganzen Knorpel sind untereinander alle verstritt mit Bandstrukturen. Einige sind benannt, andere nicht benannt. Aber es ist klar, da wo der Knorpel sind halt auch Kollagenfasern, die das Ganze zusammenhalten, weil sonst würde es natürlich auseinanderdriften. Und einige, also die wichtigsten Bandstrukturen, da wo man die Kollagenfasern so ein bisschen prominenter sieht, da hat man halt Ligamente draus gemacht. Aber es ist natürlich überall auch kollagenes Bindegewebe. Auch hier gibt es wieder ein, zwei, die eben von besonderer Relevanz sind. Gerade auch klinisch. Stichwort Koneotomie, wo jeder Arzt ja mal von träumt, nach dem Medizinstudium irgendwo im Wald zu sein und dann mit Taschenmesser und Kugelschreiber die Koneotomie zu machen und das Atmen wieder zu ermöglichen und dem allergischen Schock irgendwie dann doch noch das Leben zu ermöglichen, weil das nächste Krankenhaus anderthalb Stunden entfernt ist und die Kugelschreiberhülle ermöglicht dann das Atmen. Ich habe nie jemanden getroffen, der das tatsächlich gemacht hat. Tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den treffen will. Zumindest nicht als Person, die es braucht. Was ich nochmal finde, übrigens nochmal ganz wichtig aus der Klinik, Moritz wird mich dafür lieben oder auch hassen, dass ich das nochmal erwähne. Also die Koneotomie ist nicht das gleiche wie die Tracheotomie. Unterschied? Einfach die Koneotomie ist eben, wenn wir schon von Bandstrukturen sprechen, es wird eben das Crico-Tyrioideum durchgeschnitten und bei der Tracheotomie sind wir weiter Kaudal. Das ist meistens so, dass wir irgendwo zwischen den Trachealstrukturen, zwischen den Knorpelstrukturen da, zwischen der zweiten, ich glaube dritte bis vierte ist das, also die Media nennt man das dann auch. Da wird dann eben meistens eine Tracheotomie durchgeführt. Und um ein bisschen noch mehr Klinik da drin zu haben, spielt das ja viel mehr eine Rolle. Das ist jetzt nicht in der Notfallsituation irgendwie irgendwo im Wald abzugrenzen von der Koneotomie, sondern eher bei langzeit beatmeten Patienten. Genau, das ist natürlich ein Nachteil, diese schöne Koneotomie, also die geht ja in das vielleicht nochmal ganz klar, damit wir das da verstehen, wird durch das Ligamentum Crico-Tyrioideum medianum gesetzt, also das Ligament, was zwischen dem Ringknorpel und dem Schildknorpel zieht, weil da halt noch kein Schilddrüsengewebe ist, weil der Seriismus halt weiter unten kommt, aber hat halt den Nachteil, wir sind hier nah am Stimmapparat. Das heißt, ich kann da irgendwie ganz schön was kaputt machen, wenn ich da mit dem Kugelschreiber zu sehr rein drehe, ja, und das ist sicher nicht schön. Deswegen macht man ja halt auch in der Klinik Trachiotomien, weil das halt viel safer ist. Genau. Ja, unter kontrollierten Bedingungen. Und ich da halt auch von diesem wichtigen Organ, dem Kehlkopf halt weg bin. Und das hat natürlich auch ein paar Vorteile. Meistens, wie gesagt, bei Erwachsenen zwischen dem dritten und vierten Trachialknorpel. Also gut, jetzt haben wir dieses eine Ligament, also dieses Crico-Tyrioideum haben wir ja abgehakt, aber wir haben noch ein anderes, das nicht ganz unwichtig ist, das Ligamentum Vokale. Das sollte man auch kennen. Das ist das. Ja, und das sind unsere Stimmbänder. Genau. Ganz easy. Das ist das elastische Band, ja, das Stimmband, ja, das also dann ausgespannt ist zwischen dem Stellknorpel, dem Ariknorpel und dem Schildknorpel und es quasi ja die Stimmritze auch formt zu beiden Seiten. Also dieses Band solltet ihr auf jeden Fall kennen, weil es halt essentiell für die Funktion ist. Es gibt noch eine ganze Masse andere, ja, Crico-Arytenoidium, Crico-Varyngium, Thyria-Piloticum und so weiter und so fort. Ohne sie lassen. Also lassen wir jetzt mal weg, ja, sind alles Bandstrukturen, die halt zwischen diesen Knorpelbestandteilen hin und her ziehen, um halt irgendwie eine Beweglichkeit und eine Fixation auch zu ermöglichen. Gut. Auch da nochmal genau hinschauen. Ich finde, das ist sehr schön beschrieben, auch im Flexikon, auch die einzelnen Bandstrukturen, um einfach auch nochmal den Prozess der Fondation besser zu verstehen. Auch wenn wir die Muskulatur, die Muskelstrukturen uns da angucken mit Transfersus und Oblikus im Rahmen der Fondation, die dann eben bei unserem wunderschönen Stellknorpel dann eine Rolle spielen. Stellknorpel, auch da kann man sich auch nochmal merken, einfach, der stellt halt die Stimmbänder ein. So habe ich mir das gemerkt. Und das ist schon ziemlich komplex und ich glaube, das würde jetzt hier auch unseren Podcast-Rahmen sprengen. Da sind wir, glaube ich, eine Stunde wirklich dran. Aber man kann sich das da echt gut anschauen, wenn man da ein Bild zu hat. Mir hat das ja geholfen. Ja, Bilder helfen immer. Wir haben im Flexikon viel zu wenig, aber wir arbeiten dran, Leute. Aber ich finde die 3D-Animation schon echt stark. Ja, wir haben jetzt, wir sind jetzt langsam, robben wir uns durch, um da einfach ein bisschen mehr, weil visuell ist man leichter lernen, als wenn man sich das irgendwie alles nur im Text reinzieht, nur JGPT versteht da mehr. Man selbst hat da ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn wir jetzt nochmal reingehen, jetzt in das Allerheiligste, also in die Glottis und uns mal angucken, diese Stimmritze. Ja, was, wie oder welche Einstellmöglichkeiten hat die jetzt eigentlich? Wir haben festgestellt, die ist jetzt also zwischen der Innenseite des Schildknorpels und den Stellknorpeln. Ja, und die Stimmritze, die man auch als Rima bezeichnet. Also, ich weiß, Rima Epilogatidis, schlag mich nicht nach Sonnenschein oder so ähnlich heißt die. Das müsstest du nochmal challengen. Das ist halt sozusagen der Hauptort, wo die, ja, Luft dann durchgeht. Genau. Ja. Und die hat zwei Teile, ja, nämlich eine Pars Intermembranacea. Gott, jetzt gehst du aber ins Detail, finde ich sehr gut. Rima Glottitis, Rima Glottitis stimmte übrigens. Ha, Halleluja. Ich habe es nochmal gerade eben nachgesehen, sicherheitshalber. So, die hat zwei Teile, diese Rima, nämlich die Intermembranacea, die quasi, ja, links und rechts durch Bandstrukturen begrenzt wird und dann eine Pars Intercartilagina oder Intercartilaginea, kann man auch sagen, ja, die zwischen den Stellknorpeln ist. Ja. Ja, also die Stimmritze quasi hat einen Band- und einen Knorpelanteil, können wir jetzt mal ein bisschen vereinfacht sagen, an beiden Rändern. Und dadurch habe ich jetzt auch verschiedene Einstellmöglichkeiten, weil diese beiden Öffnungen, diese Pars Intermembranacea und diese Pars Intercartilagina, kann ich halt unabhängig voneinander durch diese ganzen Muskeln, die da ranhängen, öffnen. Das heißt, ich kann mal nur diesen kleinen Part hinten zwischen den Stellknorpeln aufmachen oder halt voll öffnen. Ja. Ja, und habe also dadurch sozusagen jede Menge Kombinationsmöglichkeiten, die ich nicht hätte, wenn ich jetzt nur ein Ding hätte. Ja, das stimmt. Übrigens auch wichtig fürs Flüstern, wo wir gar keine Struktur mehr drüber haben, gar keine Stimmritzen, also die Bandstrukturen komplett geschlossen sind und quasi wir hinten ein kleines Türchen öffnen, wo die Luft dann durchkommt. Deswegen auch immer, übrigens auch bei Stimmbandentzündungen, was wir jetzt mal so einfach mal im Leumund nennen wollen, ganz, ganz wichtig, Flüstern ist schlechter als Sprechen. Ist das so? Ja. Ja, genau, diese Pars intercartilaginea bezeichnen wir noch als Flüsterdreieck. Ja, genau. Ja. Da können wir auch einfach mal hier ein bisschen flüstern. Genau, dadurch habt ihr nämlich sozusagen die Menge an Luft, die ich da durchführe, kann ich dadurch schön modifizieren und dadurch halt auch die Stimmstärke, also die Lautstärke meiner Stimme gut modulieren. Jetzt sagt man immer, okay, wir haben jetzt diese Stimmlippen, aber darüber gibt es ja noch was. Also man darf halt nicht denken, das ist jetzt quasi nur eine Engstelle im Prinzip, nur eine Verschlussstelle. Da drüber hat die Natur noch so ein Sicherheitsventil angebaut, also diese Vorhoflippen. Ja, sie haben im Prinzip so eine Doppelstruktur. Einmal die Stimmlippen, also die Plika Vocalis und drüber halt die Plika Vestibuli, also die dann quasi nochmal darüber steht. Das ist eigentlich so ein bisschen so eine Doppelstruktur, die wir da haben. Also sie spiegelt oben und unten. Gut. Das ist auch so ein bisschen so ein Überdruckventil. Genau. Quasi die Vorspannung. Genau. Diese Plika Vestibularis, weil die halt verhindern, dass irgendwie beispielsweise starke Expiration irgendwo da was auseinanderfliegt, also eine kleine Engstelle, die da auch noch eingebaut ist. Ja, so histomäßig, das Ganze hatten wir schon erwähnt, ist Schleimhaut, also auf gut Deutsch unverhorntes Plattenepithel. Genau. Und deswegen auch relativ unspannend. Es sind noch ein paar Drüsen eingebaut, um das Ganze irgendwie schön feucht zu halten. Vielleicht noch zu erwähnen, dass auf der Epiglottis auch noch Geschmacksknospen sind. Das fand ich noch ganz spannend. Stimmt. Und welchen Grund hat das? Das ist eine gute Frage. Hat es einen Grund? Anatomisch? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich habe es nicht rausgefunden, tatsächlich in der Recherche. Ich habe nur gefunden in den Anatomie-Atlanten, dass das so ist. Vielleicht damit, wenn du eine Chilischote isst, dann mal ordentlich ins Husten kommst. Ja. Ich weiß es nicht. Wer es weiß, bitte schreibt uns. Ja, in die Kommentare. Ja, in die Kommentare oder schreibt uns, schreibt in die Flexigon-Redaktion, damit wir das aufnehmen können. Eine Sache ist vielleicht ein bisschen besonders an diesem Epithel. Das ist der, das wollen wir euch nicht vorhanden, das ist der sogenannte Reinke-Raum. Kein Reinraum, wie in der Mikrobiologie oder sonst wo, oder in der Chip-Produktion, sondern der Reinke-Raum. Der Reinke-Raum, das ist so ein kleiner Raum, der so eine Verschiebeschicht des Epithels ermöglicht. Und das ist halt bei der mechanischen Belastung, die da drauf ist und bei diesem ganzen Luftstrom, der hin und her zischt, nicht ganz unwichtig, dass man da halt so ein bisschen Verschieblichkeit des Epithels hat und dass das nicht weggefegt wird. Wie so ein Galer-artiges Kissen, kannst du dir das vorstellen. Genau, gut abgepolstert. Also nochmal ein Gelkissen unterhalb des Plattenepithels. Alles andere, relativ unspannend, ja, Plattenepithel, das Plattenepithel. Ja, aber dieser Reinke-Raum, könnte man nachgefragt werden, wisst ihr, ist eben auch wichtig für Entzündung. Ja, auch das. Okay, das wusste ich nicht. Ja, guter Hinweis, ja, ist mal gut, nochmal einen allgemeinen Arzt hier dabei zu haben, der einem die wichtigen Dinge der Medizin immer wieder nahe bringt. Ja, also viele kennen das ja, das Reinke-Ödem, was nicht jetzt speziell nur bei Entzündung ist, aber einfach, dass, wenn wir ein Ödem da haben, dass das eben relativ wichtig ist, dass das dann eben auch mal zuschwellen kann. Also Räume, wie so immer, können auch Ödeme bilden, ja, Reinke-Raum, Reinke-Ödem gibt es auch, ja. Aber das ist jetzt schon, das geht jetzt schon hier sehr ins Detail. So, pass mal auf, wir haben jetzt, glaube ich, haben ja irgendwas vergessen. Naja, wir haben die Anatomie grob erklärt, wir sind auf die Funktion eingegangen und wir haben erklärt, so ein bisschen embryologisch, was da stattfindet. Ja, bei Embryologie sind wir nicht so drauf eingegangen, aber es ist auch die Frage, ob das wichtig ist. Also die Anatomen unter euch, ihr werdet uns wahrscheinlich jetzt köpfen, dass wir sagen, aber aus meiner klinischen Sicht muss ich sagen, nee, ich bin damit, ich glaube, wir haben alles drin. Ich bin ja so ein bisschen so ein penibler Typ, deswegen will ich jetzt doch mal erwähnen, dass also das hier vierter und sechster Kiemenbogen ist. Ja. Und das ist insofern ganz wichtig, weil diese Nervus-Laryngios-Rekurrenz, Hirnnerv, haben ja häufig was mit den Kiemenbögen zu tun, weil die ganz oben sind. Ja, dadurch natürlich auch irgendwie diese komische Wanderung da so ein bisschen erklärt, die da stattfindet durch den halben Körper. Ja, also vierter und sechster Kiemenbogen sind die Knorpelanlagen aus unserem ehemaligen Fischbewusstsein. Ganz, ganz früher. Ja, ganz, ganz früher mal. Die Frage ist, wollen wir noch was zur Klinik sagen? Wollen wir noch was zur Laryngitis-Grupp- oder Laryngios-Karzinom-Sagen? Aber sicher doch, wir fangen jetzt mit dir, jetzt fangen wir doch erst an. Wir haben jetzt die Anatomie, die doch immer nur zum Warmlaufen und danach geht es uns eingemacht. Ich meine, was wäre das Medizinerleben ohne Krankheiten? Ja, gar nichts. Wir können uns ja nicht nur von Anatomie ernähren. Die Leute kommen ja nicht zu uns, um zu fragen, wie es in ihnen aussieht, sondern weil irgendwas kaputt ist. Wobei man es nicht unterschätzen darf. Nur mit guten Anatomiekenntnissen kannst du es auch richtig verstehen. Das ist wahr, ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, deswegen wäre ich zum Beispiel als praktizierender Arzt völlig ungeeignet. Aber ich könnte den Leuten wirklich stundenlang darüber erzählen, wie es in ihnen aussieht. Aber wahrscheinlich würde sie das nicht befriedigen, wenn sie einen Schnuppen haben. Wenn ich ihnen das über den Aufbau ihrer Nasennebenhöhlen erzähle und wie toll das alles ist. Aber sie hat viel geredet, aber hat mir kein Nasentroll verschrieben. Also das lassen wir dann mal. Deswegen bin ich auch nicht praktizierend. Ich bin da versaut quasi. Ja, wir haben noch eine ganze Menge Erkrankungen hier im Bereich des Kehlkopfes, des Larynx. Also fangen wir mal mit den Entzündungen an, weil das kann man sich dann auch schön herleiten. Was macht der Kliniker einfach? Das Wissen, dass er eine Anatomie hat, er hängt eine Itis dahinter. Und schon stimmt die Sache. Wollen wir mit der Laryngitis anfangen direkt? Also Ohr, Auriculitis, Nase, Rhinitis und so weiter und so fort. Jetzt darf ich es mal sagen, nicht so wie letztens mit der Reizung in der Achillesferse, sondern jetzt ist es wirklich die Itis. Es ist die Entzündung. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen gekämpft. So eine Laryngitis, so eine Kehlkopfentzündung auf gut Deutsch, ist relativ häufig. Klar, ist so etiologisch häufig Virusinfektionen, bakterielle Infekte, Toxine, also Reizgase. Gehst du mal irgendwie mal schön irgendwie in so einen Insektizidnebel rein und abnimmst mal ein und aus. Ich finde auch Tabakkonsum wichtig zu nennen. Das vergessen viele immer. Tabakkonsum. Oh. Auch ein Grund. Gut, okay. Ne, Laryngitis. Also, das führt dazu, dass die Schleimhaut schwillt. Ja. Und wenn sie schwillt, dann ist die Stimme nicht mehr so rein und sauber, sondern dann gibt es Heiserkeit, Halsschmerzen, häufig auch Hustenreiz. Ja. Und, ja, wenn es ganz schlimm ist, kann nochmal so ein bisschen Fieber dazukommen. Und wenn ich reingucke, sehe ich dann halt auch ein Stimmlödem, ja, die Schleimhaut ist gerötet und halt auch gereizt. Und was mache ich auf gut Deutsch dann gegen Laryngitis? Was würdest du tun? Ich komme zu dir und sage, Herr Doktor, als lieb ich ganz schlimm mit Laryngitis. Tatsächlich kannst du, wenn es wirklich ausgeprägt ist, dann musst du halt mit Corticosteroiden noch vielleicht arbeiten. Aber ansonsten, eigentlich machst du nicht viel. Du wartest, erhältst eigentlich, also ich glaube, in der Pädiatrie ist es nochmal wichtiger. Aber sowas wie zum Beispiel bei Pseudogrupp, wo ja Parainfluencer einfach mit, glaube ich, bis zu 75 Prozent, glaube ich, der führende Erreger ist. Da kannst du nicht so viel machen. Also da ist therapeutisch, das, was du machst, ist Kaltlufttherapie und im Zweifel dann, wenn notwendig, systemische Glucocorticoide. Zum Beispiel, wenn es Dridor und Dyspnoe auftreten, also wenn ich nur durchgeschaufelt werden kann, dann auf jeden Fall. Und natürlich, wenn es kritischer wird, also wenn es ausgeprägter ist, du teilst es ja ein, verschiedene Schweregrade. Wenn wir jetzt beim Pseudogrupp bleiben, also gerade einzelne, dann machst du vielleicht im Zweifel nochmal systemische Glucocorticoide. Wenn du beim Grad 2 bist, dann muss man schon mal darüber sprechen, ob man nicht mal auch inhalatives Adrenalin verwendet, also Epinephrin. Und das in Kombination. Und dann müssen wir auch mal darüber sprechen, ob wir nicht auch schon eine stationäre Aufnahme indizieren, beziehungsweise wenn wir in der Klinik sind, dass wir die Patienten dann auch bitte aufnehmen. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn die Atmung weg bleibt. Deswegen muss man sowas ernst nehmen. Also eine Laryngitis klingt erstmal nicht so gefährlich, kann aber, wenn sie dann halt sehr ausgeprägt ist, schon mal ins Ausführen. Wo wir einen Pseudogrupp haben, haben wir natürlich auch einen Krupp heute selten. Dank der Impfungen. Bei Krupp denkt man eher an Panzer, an Stahlproduktion. Aber Krupp ist halt auch eine Erkrankung, kommt irgendwie von Kruppanschreien. Wahnsinn, Krupp, Kruppan. Ich dachte, es sei nach dem Krupp benannt, nach dem Industriellen. Weil der mal irgendwie heiser gewesen ist oder so. Das ist eine spannende Sache. Warum heißt es Krupp? Ja, da habe ich ja gesagt, wahrscheinlich von Kruppanschreien. Ja. Ja, das ist wohl, weiß der Teufel. Ist aber nur, bei solchen Sachen muss man, bei etymologischen Sachen muss man ein bisschen aufpassen. Kann man auch schwer daneben liegen. So, ist auf jeden Fall, ja, auch eine Laryngitis, aber halt eine spezielle, durch einen Erreger ausgelöst. Was für eine Erreger ist das? Genau, Corniae, Bakterium, Diphtherie. Genau, also Diphtherie, heute Gott sei Dank durch Impfungen selten geworden. Aber seinerzeit schon dramatisch, weil ich da so Membranen kriege auch. Ja, ist nicht zu verwechseln. Also ich kriege richtige Pseudomembranauflagerungsdachrichten. Das sind Auflagerungen, ja, also Fibrinauflagerungen massiv, die das Ganze dann einengen. Hochgradige Veränderung, Verengung, Stridor oder Stridor im Norddeutschen. Und tatsächlich wirklich lebensgefährlich ist. Ja, wäre Husten lebensgefährlich. Scheiße, Intensivmedizin, möglichst. Nicht verwechseln mit dem Krupp-Syndrom, also Pseudokrupp. Das sind zwei verschiedene Sachen. Pseudokrupp kann auch schwierig sein. Das ist die wichtigste Message dadurch. Nicht zu verwechseln mit dem Krupp. Ja, deswegen schon immer auseinanderhalten. Gut, also Laryngitis, Krupp als Spezialfall der Laryngitis. Und jetzt haben wir noch etwas, was auch, vielleicht bevor wir dagegen gehen, lass uns erstmal so die Traumatologie noch abkaspern. Knorpel kann auch, wenn einem mal jemand kräftig vor den Hals schlägt, kann dummerweise auch frakturieren. Eine Larynxfraktur, auch das gibt es. Vor allem halt auch bei älteren Semestern, wo der Knorpel meist nicht mehr ganz so elastisch ist wie bei Kindern. Problem auch hier, Schwellung bei einer Fraktur kann immens sein, deswegen klinische Überwachung auf jeden Fall ist jetzt kein Kavaliersdelikt. Kann erstmal harmlos sein, aber dann innerhalb von Stunden plötzlich zuschwellen, dann wird es mit der Atmung auch schwierig. Also ein Trauma, das man also auch klinisch abklären muss. Wenn es mobil ist und irgendwie geringe Ödembildung konservativ, ansonsten Tracheotomie, Intubation, ja, das muss man schon machen und die Kirche chirurgisch das Ganze auch versorgen, damit das kein Problem da gibt. Genau, das ist auch wieder die wichtigste Message bei all den Erkrankungen, die wir jetzt so durchgegangen sind und auch in der Traumatologie ist, dass man einfach schaut, wie ausgeprägt ist das Ödem, wie ausgeprägt ist die Klinik. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die einfach wichtig sind, sowohl für den Pseudogrupp als auch für den Krupp selber, wie ausgeprägt ist das Krankheitsbild und gegebenenfalls dann der klinische... Und auch immer daran denken, dass halt gerade so Schleimhauträume und wenn es um wenige Millimeter geht, relativ schnell zuschwellen und da darf man halt auch nicht zu lange warten, nicht zu vorsichtig sein, aber auch nicht zu lange warten, weil das kann dann in die Hose gehen. Kirchhoff ist halt dadurch, dass es eine Engstelle ist für die Atmung, schon ein wichtiger... Insbesondere in der Pediatrie, wenn wir uns einfach den Durchmesser anschauen, spielt das einfach nochmal eine ganz andere Rolle. Ja, bei Kindern ist das ein bisschen kleiner. Also Pseudogruppanfälle bei Kindern auch nochmal eine ganz andere Rolle spielen als bei Erwachsenen. Ja, dann kommen wir last not least zu der unangenehmsten Erkrankung, die man am Larynx haben kann, das ist das Larynxcarcinom. Plattenepithel, wie ihr alle wisst, neigt auch dazu, irgendwie ab und zu mal sich mal Liegende zu verändern. Ja, Plattenepithele haben eine relativ hohe Zellteilungsrate, weil die Schilfern oben wieder ab, unten habe ich die Basalzellen, die immer schön fleißig nachproduzieren, wenn eine mutiert oder irgendwas anderes hat. So gut der Wein schmeckt und auch die Zigarre im Herrenhaus, bitte drüber nachdenken, weil das ist, glaube ich, einer der Hauptursachen, die Hauptethiologie ist Tabakkonsum und Alkoholkonsum. Ja, also das sind die beiden Risikofaktoren, die dann halt Plattenepithelkarzinome züchten, nicht nur im Larynx, sondern auch im Mundbereich. Genau, Zungengrund zum Beispiel. Zungenkarzinome, Zungengrundkarzinome, Schleimhautepithelkarzinome im Mundbereich. Also das sind alles Dinge, die schön von den Tabakstoffen gezüchtet werden, deswegen Finger weg. Darüber hinaus vielleicht immer noch zu sagen, man denkt ja bei Asbest immer an die Lunge, kann auch eine Rolle spielen beim Larynxkarzinom. Wird zum Glück immer weniger, aber gerade wenn wir Menschen mit Migrationshintergrund oder auch die Menschen älteren Semesters, wobei heutzutage gibt es das ja auch noch, du findest ja immer wieder Asbestplatten irgendwo im Wohnen drin, wobei das Problem bei den Menschen ja eher, die Menschen, die ja hauptsächlich betroffen sind, sind die Menschen, die mit den Platten gearbeitet haben. Also um jetzt hier mal so ein bisschen, wir sind ja zum Glück alle irgendwie vom Fach, aber um auch unsere Patientinnen und Patienten so ein bisschen zu beruhigen, wenn das gut und schön verbaut ist, sollte das nicht sein, aber dann muss man jetzt nicht direkt Angst haben vom Larynxkarzinom. Nein, dauert ja auch eine Zeit lang. Also Karzinome kriegt man nicht von heute auf morgen, da muss man schon über ein paar Jährchen sozusagen die Tumorgenese dann halt auch anstochern. Und das ist ja auch meistens der Fall. Rauchen ist ja meistens eine Sache, die man über mehrere Jahre betreibt. Also vielleicht noch ionisierende Strahlung zu nennen. Das kann ja natürlich auch mal sein, aber es ist überall so schwefelhaltige Aerosole. Aber gut, das ist eher redundant. Also als Oppenheimer ein bisschen zu viel angereichertes Oral inhaliert hast. Ja klar, so was ist ionisierende Strahlung generell nicht so schön. Also was wichtig ist, Epidemiologie, das Larynxkarzinom ist recht häufig. Also nach dem Mundtürenkarzinom und dem Orifarynxkarzinom der dritthäufigste Kopf-Halstumor, Maligner. Und Männer sind halbdurch fest siebenmal häufiger betroffen als Frauen. Das liegt aber auch natürlich ein bisschen an den Alkohol- und Nikotin-Gewohnheiten, wo das heute natürlich auch nicht mehr so einen wahnsinnigen Unterschied macht teilweise. Aber klar, Männer sind da häufiger gefährdet und müssen sich da mehr in Acht nehmen. Und du hast ja schon so wunderbar die Histologie bei der Anatomie angesprochen, als wir darauf eingegangen sind und du gesagt hast, gut, jetzt gehen wir noch auf die Histologie ein. Das Plattenepithel ist eben zu über 90 Prozent ein Plattenepithelkarzinom in dem Bereich. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, aber auch das ist immer mal eine schöne Prüfungsfrage, die kann ich mich noch daran erinnern, das wurde mal geprüft bei uns. Plattenepithelkarzinom ist meistens richtig, merkt euch das. Die von Sebastian Alsleben immer das Plattenepithelkarzinom ankreuzen. Immer das Plattenepithelkarzinom ankreuzen. So, Klinik beim Larynxkarzinom. Der Kreis schließt sich. Dito, ja. Das Einzige, was vielleicht noch mal ein bisschen anders ist, ist das Fremdkörpergefühl. Da denkt man ja primär immer in dem Bereich erstmal an die Schilddrüse. Wenn man da aber nichts findet, dann wird es schon schwieriger. Also klar können das auch mal Knötchen sein auf den Stimmbändern oder ähnliches. Aber ein Globusgefühl, Fremdkörpergefühl immer direkt abklären lassen. Genau, dann guckt der Herrn O-Arzt da rein mit dem Laryngoskop, also dem Larynxbetrachter. Das ist das, was wir eben nicht mehr können als Hausärztinnen und Hausärzte. Wir gucken halt den Pharynx an allenfalls, aber mit Laryngoskopen zu arbeiten, machen wir nicht. Du kannst mal einen vorgewärmten Spiegel, damit siehst du auch schon ein bisschen was, wenn der Patient mitspielt. Wenn er mitspielt. Wenn er mitspielt, klar, so ein Spiegel da hinten. Aber so ein Laryngoskop, das ist schon wertvoll. Gerade in so einer Diagnostik. Klar, da kann man das natürlich dann sehen. Das ist auch quasi die hauptsächliche Diagnosemöglichkeit, die man hat. Man macht natürlich auch noch Bildgebung, CTMRT, um da zu gucken, wie hat sich das Ding ausgebreitet. Und Therapie, was mache ich? Kommt drauf an. Lokalisation, Stadium, wann das heißt. Aber theoretisch ist alles möglich. Operation Radiotherapie, Radiochemotherapie. Meistens dann Laserchirurgisch. Kann da einiges machen. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Also das gilt natürlich für alle Erkrankungen des Kehlkopfes, die irgendwie mit Folgestörungen einhergehen. Anschließend ist es mit dem Sprechen nicht mehr so einfach. Und da gibt es dann verschiedene Dinge, die man antrainieren kann. Also man kann quasi eine ösophages Ersatzstimme machen. Es gibt elektronische Sprechhilfen und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich noch irgendwie, als ich ein Krankenpflegepraktikum gemacht habe. Ein Patient mit einem Kehlkopf-Karzinom hatte auch so eine elektronische Sprechhilfe. Es war im Dunkeln im Zimmer und ich machte gerade die Betten um sechs Uhr morgens oder so. Und dann hörte ich diese Stimme und dachte, ich sei in Star Wars gelandet. Gut, dein Morgen. Aber es ist natürlich praktisch für Leute. Ohne Stimme bin ich halt aufgeschmissen. Und deswegen sind solche Sprechhilfen natürlich ein Segen für die Patientin. Ich fand diesen Werbeslogan immer so geil mit, nein danke, ich rauche nicht mehr. Das ist schon ein bisschen makaber. Ja, das ist makaber, aber das zieht halt. Wobei mittlerweile wissen wir, dass das gar nicht so zieht. Diese abschreckenden Bilder auf den Zigarettenpackungen. Wir werden jetzt hier politisch, da gehen wir nicht drauf ein. Das ist ein guter Stichwort. Wir werden auch politisch im Abschluss jetzt, weil ich glaube, wir haben euch lange genug die Ohren voll gesüllt. Larynx ist jetzt einigermaßen durchgesummst. Ja. Vielen Dank für deine anatomischen Sprachkünste, lieber Frank. Danke, danke. Wir können jetzt noch ein bisschen üben. Wir werden jetzt mit dem Schnellsprechen des Aretenoideus Lateralis. Ah, wow. Werden wir noch mal hier. Es geht runter. Es gibt eine extra Session im Nachgang. Danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Und danke euch auch draußen, die ihr uns wieder mal ausgehalten habt für 40, 50 Minütchen. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.